Nächste Frage hat der Reitschuster. Hallo auf dem Kanal von Boris Reitschuster. Das war ausführlich. Und mein wichtigster Arbeitsplatz ist im Moment hier hinten die Bundespressekonferenz. Sie haben ja wiederholt gesagt, dass Sie sich zurückziehen wollen, aber da war immer so ein bisschen ein Hintertürchen offen. Ja, da mögen mich nicht alle in der Bundespressekonferenz. Das, was Sie da insinuieren, ist in dieser Begründung nicht drin. Aber ich finde, das gehört sich so für Journalisten. Herr Reitschuster, es ist einfach falsch. Deshalb, wenn Sie kritische Fragen sehen wollen, habe ich Sie in der ersten Frage richtig verstanden. Wenn Sie kritischen Journalismus sehen wollen. Ich finde, wenn Sie so gut meiner Silvesteransprache zugehört haben, haben Sie sicherlich alles gehört. Dann schauen Sie rein. Zum dritten Mal, welche wissenschaftlichen Studien hat die Bundesregierung? Danke. Ich habe jetzt das gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Also gar nicht. Abonnieren Sie den Kanal. Lassen Sie es einfach. Alles Gute. Danke. Ciao. Und als erstes habe ich ja gesagt, dass ich nicht wieder antrete. Punkt. Als Kanzlerin. Ja. Ich habe dazu nichts zu sagen. Vielen Dank.